ARD Text im Auftrag von Funk Wie geht es gut? Alhamdulillah, mir geht es auch gut Das freut mich Was machen die Finanzen so? Kanake, es läuft Kanake, das freut mich Mich auch Kannst die Shababs? Diesen Mabakhara kenn ich schon Der kam bewaffnet in meine Gegend Kann mir sicher genug sein Nie sicher genug? Ich dachte, das wäre ein Bulle Deshalb nicht Kanake, ich bin kein Bulle, okay? Kanake, du hast ganz schön großes Maul Ja und? Kommen wir zum Geschäft? Wir kommen zum Geschäft Also, du bist Hummus Ich habe gehört, dass du das reinste Hummus hast, ja? So rein, dass man es nicht mal sehen kann Was soll das jetzt heißen, Kanake? Gib ihm mal Kanake Unsichtbares Hummus Von Heisanberg gemacht Heisanberg? Heisanberg Heisanberg, wer ist der Kanake, Mann? Der Kanake kommt aus der 31. Kanake, was soll das für ein Khara sein hier? Das ist unsichtbares Hummus Das ist unsichtbares Hummus Kanake, willst du mich verarschen? Das ist reines Hummus, Mann! Du willst mich verarschen, Kanake, ja? Ich will dich nicht verarschen Guck da rein Kanake, das ist Luft Das ist keine Luft Was soll das sein? Jo, Kanake, jo, 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 jo! Kanake, was soll das heißen? Kanaken, Mann! Kanake, wo ist der andere Kanake? Der Totteris Ich hab gelacht, Wolf. Was mich mit der Scheißlatsch klatschen, Wolf.